Hallihallo Freunde, willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo, heute um 19 Uhr Livestream. Ja, und jetzt sind sie plötzlich still, obwohl sie gesagt haben, sie wollen mitmachen. Also ja, das ist ein toller Livestream, weil ich dann auch dabei sein werde. Ich bin ganz toll, ich bin wundervoll, ich weiß alles. Und der Typ, der sich geräuspert hat, ist wahrscheinlich nicht dabei. Äh, ne, weil der ist auch nicht so schlau wie ich und nicht so gut wie ich, ich bin nämlich OP und so und ich kann alles. Ist gut, Marie. Tja, ich bin halt... Ja gut, tschüss, Livestream um 19 Uhr. Nein!